Läuft. Schreibt mal ganz kurz bitte in den Chat. Wir haben hier natürlich immer wieder diese Überraschungen zwecks Internet und so weiter. Hier darf keiner WLAN sein, aber ich mache es jetzt über das mobile Netz. Schreibt mal bitte ganz kurz in den Chat. Könnt ihr mich sehen? Könnt ihr mich hören? Ist soweit alles flüssig? Perfekt. Sehr gut. Dann freue ich mich tatsächlich auf diesen Call. Ihr dürft verstehen, ich habe Richard persönlich angefragt, letzte Woche, ob er sich mal die Zeit nehmen kann, einfach uns nochmal einen Mehrwert zu geben, weil ich glaube, Richard ist tatsächlich die Person, von der wir so unglaublich viel lernen dürfen und auch können. Ich erinnere mich an das letzte Retreat, der Anni hat es vorhin hier auf der Teamreise schon angesprochen, wo wir in Dubai waren und einfach alle Gespräche, die wir mit ihm geführt haben, da sitzt man einfach nur da und denkt, wow, ja, ich kann einfach nur lernen, ich kann so viel mitnehmen und er ist tatsächlich die Person, wieso wir alle hier bei IAM sein dürfen. Deswegen dürfen wir unglaublich dankbar sein. Ich weiß, diese Reise ist sehr, sehr spannend. Dann dürft ihr auch mal ins Bild kommen. Das sage ich mal gucken. Seid ihr wieder da? Seid ihr wieder da? Ah ja, perfekt. Das hat mich einfach mit WLAN verbunden, obwohl, perfekt, wir sind wieder da. Auf jeden Fall, Richard war damals die Person, der kam in den Raum und du hast wirklich gemerkt, wow, da ist eine andere Person in dem Raum. Ja, diese Aura, die er versprüht, das ist einfach unfassbar. Deswegen freue ich mich tatsächlich, dass er sich heute die Zeit genommen hat, bei uns da zu sein, auf diesem Teamcall zu speaken. Ja, und ich will ihm nicht zu viel Zeit klauen. Deswegen, ich würde mal sagen, ihr dürft einmal Lärm machen für Richard. Let's go! Okay, gut und gut. Auf jeden Fall, gute Stimmung in der Türkei. Ja, alle anderen denken sich so, ich wäre auch gerne in der Türkei. Ja, habe ich schon gesagt, ich bin in der Türkei, ja. Ja, nice. Gib mir auch bitte Feedback, hört ihr mich gut, weil ich bin auch im Hotel gerade angekommen. Passt das, weil ich habe auch extra SIM-Karte geholt, dass ich, okay, perfekt. Ja, nice. Dann werde ich direkt auch mal loslegen, wollen wir gar keine Zeit verlieren. Bin auch die ganze Nacht unterwegs gewesen, gerade in Montenegro angekommen für sehr, sehr interessante Krypto-Events. Deswegen war es auch super, dass das jetzt so spontan geklappt hat. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, weil ich konnte auf dem Flug nicht schlafen. Ihr kennt das vielleicht so, wenn man so losfliegt, dass es noch nicht so spät ist, dass man direkt einschläft. Und dann hat man so vier, fünf Stunden Flug. Auf einmal sind drei Stunden vorbei und man ist schon fast am Ziel angekommen. Nachtig schon so, okay, können wir es irgendwie früher machen oder später. Aber hat alles super geklappt. Freue mich mega, hier am Start zu sein. Ich denke mir auch so, Türkei hört sich nach einer soliden Option gerade an. Da ist gute Stimmung. Aber hier ist auf jeden Fall auch einiges los. Ich habe ein paar Punkte von Simon auch bekommen, wo du gesagt hast, wo wir gerne darüber reden können. Ich glaube, der eine Punkt zum Vergleich ist auch sehr wichtig. Aber zum Anfang möchte ich dazu sagen, zum Vergleichen. Man sollte sich nicht so oft oder so sehr mit anderen Menschen vergleichen, weil jede verschiedene Person haben halt verschiedene Leben. Wenn man jetzt, keine Ahnung, 16 ist, dann haben die meisten anderen Menschen, mit denen du gemeinsam in der Schule bist oder vielleicht auch gerade Ausbildung angefangen hast, haben relativ ähnliche Leben und Sorgen und Probleme. Da kann man sich noch leichter mit Leuten aus seiner Altersgruppe messen. Aber wenn man 25, 45 oder 65 ist, dann sind einfach so viele Vorteile und Nachteile in deinem Leben, die einfach stattfinden. Du kannst dich nicht mit deinem Gegenüber oder auch mit irgendeiner anderen Person jetzt hier gerade in dem Call, in dem Team, im IM-Business, allgemein im Network oder Trading vergleichen. Weil jeder hat seine eigenen Vor- und Nachteile. Finanziell, soziale Backgrounds, ausbildungstechnisch, welche Bildung man auch genossen hat. Einfach wie man auch selbst auf bestimmte Dinge reagiert, wie risikofreundlich man ist. Das sind für mich persönlich sehr, sehr wichtige Faktoren. Was ich auch gemerkt habe, das sind einfach bestimmte Werte und bestimmte Charakterzüge in verschiedenen Businesses. Egal, ob es jetzt, wie gesagt, Network ist, ob es vielleicht Online-Marketing allgemein ist oder ob man eher Direktvertrieb macht mit Menschen in Person. Ja, mache ich lieber Meetings oder mache ich lieber Zoom-Meetings? Verschiedene Faktoren, auch ob ich einen Online-Shop aufbaue, ob ich sehr gut mit Zahlen umgehen kann. Und deswegen nehmt euch da, falls ihr das tut. Und ich glaube, viele Menschen machen das einfach. Ich mache es auch gelegentlich immer noch einfach, weil dein Kopf das automatisch einfach tut, mich mit anderen Leuten zu vergleichen. Und als ersten wichtigen Punkt will ich direkt einsteigen, dass ihr euch nicht so viel mit anderen Leuten vergleicht. Weil am Ende des Tages der Endgegner sozusagen in diesem Spiel des Lebens, wenn man das so nennen möchte, bist du selbst. Und wenn du selbst besser bist, als du gestern warst, dann bist du einen Schritt vorwärts gekommen. Und einer der Probleme persönlich im Vergleichen, Simon hat eher darauf angesprochen, so I am Germany früher, vor fünfeinhalb Jahren, als wir gestartet sind, oder vielleicht vor sechseinhalb Jahren, als ich die Firma als, sagen wir mal, Spectator von außen betrachtet habe, zu wie sie sich in den letzten fünf Jahren verändert hat, auch zum heutigen Zeitpunkt. Aber ich habe allgemein da beim Thema Vergleichen daran gedacht, weil, wenn ich so drüber nachdenke, in meinen sieben, acht Jahren mittlerweile im Vertrieb, wo ich aktiv mit Menschen arbeite, einer der größten Punkte, warum Menschen scheitern, ist, weil sie sich zu früh aufgeben, weil sie sich mit einfach Maßstäben vergleichen, die gar nicht gut sind. Ob schnell oder langsam. Ich habe teilweise Menschen gehabt, die sind in diesem Business gestartet, die haben sehr schnell sehr viel Erfolg gehabt, haben dadurch den Maßstab zu hoch gesetzt, und dann sind irgendwann Enttäuschungen dazugekommen, die im Leben und im Business dazugehören. Und dann wurden die Wurzeln sehr, sehr schnell rausgerissen, während andere Menschen länger gebraucht haben, um sich ein stabiles Fundament aufzubauen. Aber wenn sie mal dieses Fundament hatten, dann konnte auch nichts wirklich passieren, was dieses Fundament erschüttert hat. Und ich habe das bei mir persönlich auch gemerkt, weil ich habe damals am Anfang und auch in der großen Entwicklung, in der Wachstumsphase meiner Network-Karriere, ich habe mich mit anderen Leuten verglichen, aber auf eine gesunde Art und Weise. Ich habe nicht versucht, andere Menschen fertig zu machen oder sonst irgendwas, aber wenn ich jemanden gesehen habe, der mehr Erfolg hatte, was mich persönlich inspiriert hat, in derselben Firma oder auch in anderen Firmen, dann habe ich das als Motivation genutzt. Ich habe es als weiteren Aha-Moment gesehen. Okay, jemand anders hat das erreicht, dann kann ich vielleicht auch etwas Ähnliches erreichen. Und das ist so einer der größten Punkte auch, wo ihr für euch mitnehmen könnt, was in den letzten fünf Jahren passiert ist. So damals, wir hatten keine wirklichen deutschen Educator. Mittlerweile haben wir unzählige Educator in verschiedenen Trading-Branchen und allgemeinen Income-Streams und Mindset-Bereich sogar. Damals, wir hatten nicht mal Forex-Educator im deutschsprachigen Raum. Wir haben keine wirklichen Chairmans gehabt. Ich bin relativ schnell Chairman gegangen. Wir haben auch relativ schnell in unserer Organisation die ersten Chairmans in den ersten sechs Monaten feiern können. Aber allgemein, als wir gestartet sind, da war es eher Hoffnung als, okay, es ist eine Formel da und es ist ein System da und es sind Beweise da und das ist schon funktioniert. Und diese Erwartungshaltung an dich selbst, wenn du es da schaffst, einfach so positiv wie möglich zu bleiben, weil wir können uns nicht jeden Tag in massiven Schritten entwickeln. Egal, wir persönlich, unser Volumen, unser Backoffice, unser Trading-Konto, was auch immer. Ja, es kann nicht jeden Tag massiv wachsen. Nichts wächst jeden Tag massiv, außer gefühlt Inflation. Und das, keine Ahnung, die Kaufkraft gegen US-Dollar. Aber ansonsten, nichts kann unbegrenzt wachsen. Und das ist im Business so, das ist in deinen persönlichen Finanzen so. Wenn du es aber schaffst, deine Erwartungshaltung an dich selbst bodenständig gering zu setzen und jeden Tag einen kleinen Schritt besser zu werden. Ja, wenn du also humble, wenn du bodenständig genug bist, um zu sagen, okay, ich habe heute zehn Liegestütze gemacht, morgen mache ich zwölf. Und das hört sich vielleicht für eine außenstehende Person an zwölf so. Andere machen vielleicht 120 an einem Tag oder sogar in einer Session. Aber wie gesagt, andere Menschen, andere Vorteile, andere Nachteile, andere vielleicht auch Krankheitsgeschichten, an andere Punkte, wo das Leben beeinflussen. Ja, schau, wo du aktuell stehst und versuch jeden Tag ein kleines bisschen besser zu werden. Weil wenn du die Messlatte gering genug setzt, kannst du es auch erreichen, dich jeden Tag verbessern und dadurch Erfolgserlebnisse feiern, die dann irgendwann Momentum auslösen. Und auch dann für jeden, wo es schon mal gespürt hat, wenn ein Businessmomentum geschieht, du kannst machen, was du willst, du kannst es nicht mehr aufhalten in dem Moment. Aber der einzige Punkt, wie du es aufhalten kannst, indem du vorher aufhörst, bevor du überhaupt mal einmal im Leben dieses Momentum gespürt hast, auch, keine Ahnung, ich war mit einem sehr guten Freund vor zwei Tagen bei mir in der Wohnung in Dubai und ich habe ihm so ein bisschen die Phase erklärt damals, als ich meine Payouts bei IM auf Bitcoin umgestellt habe und Bitcoin gleichzeitig hochgegangen ist und was es auch für mich für ein Momentum ausgelöst hat, einfach was, wenn man das einmal spürt, ist es sehr, sehr, sehr nice. Aber ich wünschte mir, dass mehr Leute an diesen Punkt kommen und einfach dadurch, dass sie jeden Tag sich Ziele setzen, die erreichbar sind und manchmal ist es einfach auch ein gutes Ziel, was man erreicht hat, ist, dass man einfach auf allen Codes war, wo man selbst drauf sein sollte und zehn Seiten ein Buch gelesen hat und ansonsten du dich um den Rest deines Lebens gekümmert hast, weil wir alle haben genug zu tun im Leben. Es ist wichtig, einfach da ehrlich mit sich selbst zu sein, weil ansonsten gibt man irgendwann auf und dann hat man gar nichts erreicht und gar keinen positiven Wachstum mehr in der Organisation oder auch in deiner eigenen Persönlichkeit. Das ist wichtig, weil Wachstum an sich macht uns glücklich, das hört niemals auf. In einigen Phasen wächst deine Persönlichkeit mehr, in anderen Phasen wächst vielleicht deine Gesundheit mehr, in anderen Phasen wächst vielleicht dein Einkommen mehr. Es sind verschiedene Phasen und sei für jede Phase dankbar, aber sei dir auch bewusst, dass immer wieder verschiedene Jahreszeiten mehr oder weniger dadurch auch kommen können. Ansonsten, wie gesagt, vom Produkt und auch vom, sagen wir mal, Belief-Level, was habe ich gesehen, was glaube ich, was allgemein möglich ist und dadurch vielleicht auch im Entfernten, dass es für mich möglich ist, ist natürlich einfach ein ganz anderes Level. So einfach die Energie, auch was man spürt auf Events, jetzt in Rotterdam auch wieder, ist anders, gerade auch von, sagen wir mal, der deutschen Organisation, von uns, was glaube ich, früher auch gar nicht so der Fall war. Deutsche sind auch nicht so bekannt, um die emotionalsten Menschen zu sein oder so auf Events, aber mittlerweile weißt du gar nicht, ob gerade deutsche Attitüde, deutsche Haltung ist oder Spanier oder Portugiesen oder Brasilianer und das ist wirklich sehr, sehr cool zu sehen. Ja, das Level ist auf jeden Fall sehr hoch gesetzt und das ist der Punkt, wenn du einfach es schaffst und ich habe das damals in meinen ersten Companies gemacht, wo ich selber sehr viel lernen durfte, in der Firma war ein geiler Vibe, man hat Erfolge gesehen am Anfang, ich bin einfach gefolgt. Ja, ich bin einfach anderen Menschen gefolgt und habe versucht, Dinge zu verstehen. Ich habe Dinge immer wieder auch hinterfragt, das heißt nicht, jemand auf der Bühne hat etwas gesagt und ich habe es eins zu eins genau nachgeredet, macht euch natürlich euren eigenen Kopf und eure eigene Research, weil am Ende, wenn du es nicht selbst zu 100% verstehst und dadurch erklären kannst, dann kannst du es anderen Menschen auch nicht beibringen und wenn du es nicht beibringen kannst, dann hast du es überhaupt wirklich gelernt, weiß ich nicht und wenn du mit dieser Einstellung reingehst, Dinge zu lernen, um sie anderen Menschen beizubringen, dann hast du eine extra Motivation und du bringst dich automatisch auf eine höhere Frequenz, auf eine höhere Schwingung und motivierst dich extra, eigentlich Dinge zu tun, die sowieso gut für dich sind. Ja, und es gibt genügend andere Sachen, die man machen kann, wie gesagt, wenn du mit anderen Menschen ungesund konkurrierst, fuhlst du dich auf eine eher ungesunde Vibration und Frequenz und am Ende kannst du gar nicht gewinnen. Ja, das Beste, was passiert ist, dass die andere Person verliert, aber das sollte auch nicht das Ziel sein. Am Ende, ich persönlich wollte immer, dass so viele Menschen wie möglich gewinnen können, ob mit mir oder auch auf einer anderen Seite, aber gewinnen, so. Ich habe nichts davon, wenn andere Menschen verlieren. Genau, das heißt, was mir auch persönlich aufgefallen ist, in den Jahren, so in Rotterdam sind auch einige Menschen auf mich zugekommen und ich kriege auch recht viele Nachrichten zu dem Thema, wo Menschen sagen, ja, wie kann ich so werden wie du und ich frage mich jedes Mal, wer will so werden wie ich am Ende des Tages. Also, die meisten Menschen kennen dich mal, meine oder deine persönlichen Struggles. Ja, so, das ist wie, ich bin in Kalifornien am Venice Beach und sehe vielleicht einen Porsche oder Ferrari, Cabrio-Fahrer oder Fahrerin vorbeifahren und denke mir so, oh, wow, ich hätte auch gerne das Leben, aber die Person sitzt gerade im Auto, hat vielleicht irgendeinen Business, die verkackt ist, 600.000 Dollar Minus und wird am liebsten sich gegen die nächste Wand rammen, ja. Wir wissen nicht, was andere Menschen für Herausforderungen haben und wir sollten vorsichtig sein, was wir uns wünschen. Wir sollten uns gar nicht zu sehr mit anderen im Positiven und im Negativen vergleichen, sondern einfach darauf schauen, was ist für dich wichtig? Was möchtest du in deinem Leben verändern? Wie stellst du dir die nächsten fünf Jahre vor? Und das ist eine sehr große Frage und gerade in dieser Industrie und im Persönlichkeitsentwicklungsbereich wird das oft gestellt. Einer der Punkte ist es nun mal, die Sachen, die dir immer wieder gesagt werden, noch umzusetzen. Und eine kraftvolle Aussage, die ich damals gehört habe mit, keine Ahnung, 21, 22 war, wenn du nicht weißt, wo du in fünf Jahren stehst oder stehen willst, bist du schon genau dort angekommen und bleibst dort, wo du bist. Und ich dachte, okay, cool, also es war jetzt nicht so, dass ich mein Leben nicht gut fand, aber ich wollte mich natürlich die nächsten fünf Jahre weiterentwickeln. Und ich habe verstanden, wir sind am Ende des Tages hier auf dieser Welt, Gesetz der Anziehung, jeder hat es schon mal gehört. Ich habe mit 16 damals das erste Mal das Buch gelesen und da war es für mich eher so eine Theorie. Mittlerweile ist es schon fast wie eine gesamte Wissenschaft geworden und Gesetz geworden, dass es Menschen aus verschiedenen Bereichen einfach akzeptieren und es ist da, es funktioniert. Und wenn wir das verstehen und die Kraft unserer Gedanken und daraus hin auch unseren Gefühlen bewusst werden und dass wir dadurch unsere Realität mehr oder weniger jeden Tag gleichzeitig, während ich gerade rede, habe ich im Kopf wilder und kreiere schon wieder die Zukunft und du auch. Und ich glaube, oftmals im Leben haben wir so Momente, wo wir das auch spüren und es ist teilweise auch manchmal ein bisschen, wie soll ich sagen, überwältigend. Ja, ich habe ein Gedicht damals von der Marianne Williamson gelesen, wo sie auch darüber redet, dass am Ende haben wir keine Angst zu scheitern, sondern wir haben eher Angst davor, uns vorzustellen, wie groß wir werden können und was wir alles erreichen können. Ja, wie viele Menschen sind mit extrem genialen Ideen vielleicht gestorben, weil sie es niemals getraut haben, sich das auszusprechen. Denk auch mal bei dir persönlich darüber nach, wie oft du vielleicht in bestimmten Gesprächen Dinge nicht sagst, weil du anderen Menschen nicht vor den Kopf stoßen möchtest oder sonst irgendwas, weil du einfach, ja, das gar keine Diskussion auslösen willst oder wie viele Dinge und Ideen du in deinem Kopf hast, die du gerne ausführen möchtest, aber wo dir vielleicht die Zeit, das Kapital, der Support, die richtigen Kontakte oder was auch immer fehlt und dadurch deine eigenen Limitierungen im Kopf überhaupt dafür sorgen, dass du gar nicht erst anfängst. Ja, und das haben wir immer. Schaut einfach, dass ihr euch zu 100% darauf fokussiert, was ihr möchtet und da versucht, so viel wie möglich Positives zu kreieren, weil wir werden so oder so irgendwie in irgendeiner Weise uns Gedanken darüber machen, was denken andere Menschen oder dich mit anderen vergleichen, aber versuch deine Energie und deine Frequenz so oft wie möglich und so lang wie möglich zu kontrollieren und zu balancieren und damit in die richtige Richtung zu lenken. Ja, weil das Manifestieren geschieht jede Sekunde mehr oder weniger dadurch, aber es manifestiert sich nicht instantly, nicht im direkten Moment. Ja, das heißt, wenn du etwas versuchst zu kreieren und es immer weiter machst und dich damit immer weiter beschäftigst und immer deeper gehst und mehr Emotionen reinbringst, aber auch die Aktivitäten tust, um es auszuführen, dann kann es sehr wahrscheinlich Realität werden, aber nur, weil ich einmal an irgendwas denke, wird es nicht direkt geschehen. Ja, sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, aber deswegen macht euch auch zu 100% schreibt euch das auf, was ihr in eurem Leben kreieren wollt. Eine der Fragen, wo mir damals sehr geholfen hat, ist in einer grenzenlosen Welt, wie stelle ich mir meinen perfekten Tag vor? Und von diesem perfekten Tag kannst du mehr oder weniger eine Verlängerung auf Woche oder Monat oder allgemein auf dein Leben schließen, aber du versetzt dich einfach in eine bestimmte Lage, in eine bestimmte Situation, in einen bestimmten Moment in Zeit und keine Ahnung, so Einstein hat das damals schon gesagt, Zeit ist relativ und wir haben es immer noch nicht so zu 100% verstanden, glaube ich, wie das alles genau funktioniert, aber wenn Manifestation, Manifestieren irgendwie in irgendeiner Form funktioniert und das Gesetz der Anziehung existiert und jeder von sich, von uns wahrscheinlich sagen kann, dass er es schon, er oder sie schon mal gesehen hat in seinem Leben oder selbst gespürt hat oder beim anderen Menschen auch, dann kreierst du im Endeffekt dadurch einen Moment. Wo willst du in fünf Jahren sein? Wie sieht dann für dich dein perfekter Tag aus? Wie wachst du auf? In was für einer Umgebung befindest du dich? Versuchst du viel Sinne wie möglich zu nutzen und die einzubinden? Weil umso mehr Sinne du einbindest, umso mehr Emotionen kommen rein und umso leichter kannst du das dann auch manifestieren, weil es einfach realer wird. Weil wenn ich einfach von einem Tag in der Zukunft rede, wo ich irgendwo auf der Bank sitze, im Park, dann ist es sehr ungenau. Und wenn ich da mit jemandem über, keine Ahnung, Baseball rede, dann ist es eine sehr ungenaue Geschichte. Aber wenn ich euch eine Geschichte erzähle, wie ich in New York im Central Park im Frühling, wo gerade die ersten Blumen und Pflanzen auch wieder wachsen und zu sehen sind, im Central Park in New York mit meinem Freund Emil, wo auch ursprünglich aus Montenegro kommt und eine Bau-Construction-Firma in New York hat, sitze und wir über die New York Knicks Basketball reden. Ich denke mal, ihr versteht. Umso mehr wirklich echte Fakten nicht einbeziehen, umso realer wird der Moment und dann kannst du es dir wirklich vorstellen und das kannst du auch manifestieren. Das kannst du in verschiedenen Bereichen tun. Probier es einfach mal aus. Also ich bin eh ein Fan davon, die Dinge selbst auszuprobieren. Ich kann euch viel davon erzählen. Einige von euch, vielleicht auch die meisten, haben es schon mal gehört, wissen es auch oder nutzen es schon. Wenn ein, zwei, drei weitere Personen es am Ende umsetzen, bin ich froh. Dann haben wir auf jeden Fall was erreicht hier in diesem Call und in der Runde. Aber ja, seid euch bewusst, was ihr euch wünscht und geht da auch ins Detail. Zum Beispiel, was ich früher gemacht habe, ist, ich habe, weil wir als Menschen und leichter eigentlich uns Sorgen machen können und dadurch negative Dinge unsere Zukunft und unsere Gedanken dominieren, anstatt mir vorzustellen, wie ich ein Lamborghini fahre, was ich mir nicht vorstellen kann, wenn ich noch nie in einem Lamborghini drin saß. Ich mir eher vorstelle, wie es ist, in der Parkgarage irgendwo gegenzufahren, die Felgen zu verkratzen und vielleicht auch Lack irgendwas kaputt zu machen und unnötig Geld zu bezahlen und mich darüber abzufacken, warum meine Versicherungsrate hochgegangen ist. Ich glaube, das ist etwas, wo jeder sich mit identifizieren kann, egal ob es ein Opel oder ein Lamborghini ist. Aber dadurch hebst du es einfach auf ein anderes Level und manifestierst auch die negativen Sachen und die kommen, weil ich habe bei einigen Autos schon die Felgen zerkratzt. Im Endeffekt ist es aber kein Problem und das ist, glaube ich, der Punkt, wo ich mir damals gewünscht habe, hinzukommen, ja, auch diese negativen Dinge zu haben, weil die können wir nicht verhindern, sondern wir gehen damit einfach um und wir sind damit ausgestattet, dass solche Dinge dann eben keine Probleme mehr sind. Im jetzigen Moment, wenn du es dir versuchst vorzustellen, wäre es ein Problem, aber in dem Fall, wenn du das Auto hast, ist es safe kein Problem mehr, ansonsten kannst du dir das Auto gar nicht leisten. Und seid euch deswegen auch bewusst, was man sich wünscht, weil die meisten sehr, sehr, sehr super erfolgreichen Menschen, die ich kennengelernt habe, die arbeiten immer noch so hart, obwohl die auf einem Level sind, wo ich mir selbst teilweise gar nicht vorstellen kann und immer noch so sehr in ihre Arbeit eingebunden sind, dadurch größtenteils entweder keine Ehen zustande kommen oder scheitern, sie in den seltensten Fällen, also wirklich kaum die Kinder aufwachsen sehen, falls sie überhaupt die Zeit haben für Kinder, at all, sehen die Kinder dann auf jeden Fall nicht aufwachsen, so die erfolgreichsten Menschen sind nicht die, wo dann auch unbedingt an jedem Sonntag beim Fußballspiel oder so der Kinder dabei sein können. Es ist ein gewisses Opfer, was man bringt, ja, in jedem Fall. Und da muss man sich bewusst werden, weil umso realistischer du dich mit dem Thema auseinandersetzt, umso klarer kannst du auch deine Vision und deine Mission manifestieren. Ja, und dann geht man am besten von Fakten aus, weil ansonsten lehnt dein Unterbewusstsein automatisch das schon ab und du gehst gar nicht weiter und tiefer ins Detail, weil Normalmanifestationen funktioniert ja davon, dass du ein klares Bild in der Zukunft kreierst, aber du musst natürlich auch einen Plan machen, um irgendwie dorthin zu kommen. Ja, es wird nicht auf magische Weise geschehen. Ich habe zwar irgendwo gelesen, dass Leute angeblich auch so Geld manifestiert haben, was dann in Briefumschlägen gekommen ist, aber keine Ahnung. Ich habe auch früher Weihnachtsmann-Geschichten gehört, so ich glaube jetzt nicht alles, aber ich weiß so, man kann auf jeden Fall eine bessere Zukunft kreieren. Ja, du kannst besser werden und dadurch kannst du auch bessere Dinge im Leben haben und du kannst mehr werden und mehr Wert geben und dadurch wirst du auch mehr vergütet und mehr bezahlt. Ja, es macht für mich persönlich zu 100% Sinn und deswegen war es auch für mich etwas, wonach ich gestrebt habe und was dann auch erreichbar geworden ist. Ja, das heißt im Endeffekt, alles was du tust, ist dich mit deinem, wie soll ich sagen, im Englischen, man sagt so lesser self, also mit deinem, mit deiner schlechteren Version mehr oder weniger oder mit der Version, wo mehr einfach schlechtere Eigenschaften hat. Ja, wir alle haben irgendwo natürlich eine Seite, wo bitter ist, auch aggressiv ist, vielleicht auch manchmal an Rache Gedanken hat oder keine Ahnung, halt einfach diesen negativen, moralischen Charakter, wo auch vorherrscht, das ist unsere Competition, die wir jeden Tag haben und da einfach A gegen die Energie und gegen die Frequenz, aber dann natürlich auch danach nicht zu handeln und einfach deine Zeit und deine Energie und deinen Fokus auf Dinge setzen, die dir helfen, dieses Ziel in fünf Jahren zu erreichen und diesen Traum zu bauen und diesen Traum zu erreichen. Ja, das heißt im Endeffekt, deine persönliche Verantwortung ist der Schlüssel zu deiner besseren Zukunft. Das ist das Einzige, was dir die Tür öffnen kann. So, man kann nicht erwarten, dass irgendwie am Ende des Tages Christopher Terry uns reich macht. Ja, ich bin Chris extrem dankbar für das, was er kreiert hat mit ISIS aber ich bin nicht bei IM gestartet und habe mich hingesetzt und gesagt, okay Chris, baue jetzt mal bitte für mich auf oder so. Ich habe jetzt hier Deutschland und mach mal was. So, nein, meine gesamte deutsche Struktur ist durch mich und Leute, die ich gesponsert habe, persönlich enrolled worden. Das ist Fakt und genau so hast du dieselbe Ausgangslage, wie ich damals hatte, plus bessere Produkte, plus besseres Leadership, plus schon extreme Resultate, wo in der gesamten Welt, vor allem auch im deutschsprachigen Raum aktuell herrschen, was nicht bedeutet, dass der Markt übersättigt ist, sondern es bedeutet einfach, dass wir Testimonials und Resultate en masse haben. Aber es gibt immer noch Millionen von Menschen, wo auf jeden Fall eine Einkommensspritze gebrauchen könnten. Vielleicht auch gerade neu gestartet hier im Call. Ja, das heißt für dich vielleicht gerade perfekt, auch mit der richtigen Einstellung dort ranzugehen. Deswegen ist es wichtig, so versuch gar nicht irgendwie das Ganze für die nächsten drei Wochen oder drei Monate zu planen oder mal zu probieren. Selbst in meinem ersten Business im Network, was ich 2014 im Sommer gestartet habe und die ersten acht Monate 77 Dollar verdient habe, ich habe nicht aufgehört, weil ich bin nicht reingegangen und dachte mir, ich probiere es mal drei Monate aus und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Hallo? Also keine Ahnung, ich bin keine Person, die gern aufgibt. Ich verliere auch nicht gern und am Ende des Tages habe ich gemerkt, dass dieser Weg nicht perfekt ist, aber es ist auf jeden Fall ein besserer Weg als das, was ich vorher gemacht habe in meiner Ausbildung oder einem normalen Bürojob oder normaler Vertrieb oder Salesjob und ich habe es mit der Zeit auch jahrelang im Deutschland, europäischen, aber auch weltweiten Raum gesehen, dass jede einzelne Person, wo nicht Multi-Multi-Multi-Multi-Multi-Multi-Multi-Multi-Multi-Multi-Millionär ist, auf jeden Fall ein Fünfer oder Zehner im Monat mehr vertragen könnte und wenn die vor zwei, drei Jahren mit Network angefangen hätten und selbst wenn sie es bloß mit 80% Fokus, aber mit einem starken Fokus und Skillset und Network aufgebaut hätten und dann nach drei Jahren Fünftausende im Monat verdienen und auch andere Dinge machen können, dann ist das allgemein besser als das, wo sie sich aktuell befinden. Wie viele Leute ich kennengelernt habe, wo teilweise Erfolgreiche im Immobilienbereich waren, dann Immobilienpreise runtergehen, dann da jemandem Geld geliehen, dann da jemandem Geld geschuldet, auf einmal haben die kein Geld. Ja, und da ist halt so ein Cashflow-Business wirklich das Idealste, was man haben kann. Im Endeffekt dadurch auch für dich als Vertriebler oder als mehr oder weniger, du hast ein Produkt, was du anderen Menschen anbieten kannst, aber auch eine Opportunity, wo du anderen Menschen anbieten kannst. Also es gibt wenige Menschen, die keine extra 600 Dollar oder auch 5000 Dollar oder auch dann teilweise mehr nicht gebrauchen könnten und das nicht haben wollen würden. Ja, es kommt bloß darauf an, wie man es auch erklärt und welche Kultur du natürlich auch für dich schaffst und dass du zu 100 Prozent mit den richtigen Werten arbeitest und nicht Leuten irgendwelche Geschichten erzählst. Ja, oder dich besser dastehen lässt oder dein Team besser dastehen lässt oder uns als Firma besser dastehen lässt oder sonst irgendwas. Ja, ich habe meine Struktur immer aufgebaut mit den Fakten, wo halt da sind. Du kannst natürlich die Fakten, das ist deine Aufgabe, sie so darzulegen, dass es attraktiv aussieht. Ja, du kannst über eine Sache reden und du kannst sie interessant beschreiben oder nicht interessant beschreiben. Als Beispiel, ich hatte einen Investor-Call für meine Kryptofirma mit Kraken, mit dem Managing Director von Kraken in Frankreich. und er hat allgemein gefragt, ob wir mit französischen Luxury-Brands sowie Louis Vuitton zusammenarbeiten und die auf deren NFT-Marketplace bringen können. Long story short, wir haben keinen Kunden in dem Bereich, wir haben aber Kontakt zu asiatischen Luxury-Brands. Mein Partner hat das erwähnt, aber zu viel geredet und mehr oder weniger Punkte benannt, wo ich persönlich nicht gesagt hätte und ich habe einfach gesagt und genamedroppt, dass wir halt mit FIFA schon kurz hatten zum Thema NFT-Ticketing für die nächste WM, dass wir wissen, dass Algorand 60 Millionen in FIFA investiert hat, um einen NFT-Marketplace während der WM zu bauen. 60 Millionen Dollar hat Algo investiert. Die haben zum Viertelfinale oder Halbfinale, wo wir den Call mit FIFA hatten, haben die 500.000 Dollar Umsatz gehabt insgesamt. Das heißt, riesiger Verlust, extrem schlechte Ausführungen und so weiter. Ich habe bloß FIFA genamedroppt und dass wir mit denen im Kontakt sind und das hat auf den MD von Kraken einen viel besseren Eindruck gemacht, als über irgendwelche Firmen zu reden, wo wir aktuell keinen fixen Vertrag oder keine fixe Plattform haben. Und genauso auch hier in dem Business versucht nicht, ich habe so oft Leute gesehen, die darüber geredet haben, dass sie oder jemand aus ihrem Team einen Rang hat, also wirklich hat, erreicht hat, ausgezahlt bekommen hat und so weiter, wo die Person nicht mal hatte und teilweise sogar zwei, drei Ränge über dem, was eigentlich erreicht wurde. Jetzt nicht spezifisch aus meinem Team, sondern allgemein auch in dieser Industrie, wo ich mir denke, okay, warum? Warum lügst du bei Sachen, die auch leicht nachvollziehbar und leicht nachprüfbar sind und dadurch bringst du dich automatisch in eine Situation, wo du nur verlieren kannst, weil selbst wenn die Person startet, spätestens wenn sie herausfindet, dass du gelogen hast, dann hast du am Ende des Tages einfach verloren, vor allem das Vertrauen der Person. Ja, und das ist wichtig, einfach da mit den richtigen Punkten, mit den richtigen Werten aufzubauen. Das war mir von Anfang an wichtig. Ich erwähne es auch so gut wie in jedem Chor eigentlich, weil es für mich ein Faktor ist, der wiederholt wird. Ja, wenn du diese Basics, sagen wir mal, dich damit beschäftigst, nachvollziehen kannst und auch in gewisser Form weiterführst, dann kann Erfolg auf jeden Fall geschehen. und ich sehe auch bei uns in der Organisation, ich sehe bei mir allgemein in der Struktur auch über die letzten, wie gesagt, acht Jahre, wo ich mit Menschen arbeite, dass die, die dieselben Werte haben, wie ich auf Thema Ehrlichkeit, Transparenz, dass die auch geblieben sind und extrem erfolgreich geworden sind und andere, wo vielleicht andere Werte hatten, sich auch über kurz oder lang verabschiedet haben und in eine andere Richtung entwickelt haben und das ist gut. Das ist im Endeffekt auch bloß wieder Gesetz vom, Nachweis vom Gesetz der Anziehung. Bestimmte Dinge sich anziehen, bestimmte Dinge sich abstoßen, das ist normal, das ist okay. Ja, empfang all das, was in dein Leben kommt und sei dankbar dafür und lass auch alles wieder gehen, was aus deinem Leben rausgehen möchte. Das macht das Leben für jeden von uns auf jeden Fall angenehmer. Aber wie gesagt, sei dir bewusst, um extreme Resultate zu erreichen, musst du auch extreme Dinge tun. Das sind in meinem Fall gewesen Geburtstage oder Familienfeste, wo man verpasst hat, wo ich selbst dann an Weihnachten teilweise im Flugzeug aus Istanbul oder Japan zurück nach Deutschland saß und keine Ahnung, erst zum zweiten Feiertag meine Familie gesehen habe oder sonst irgendwas und nach zwei Tagen auch wieder weg war und über Silvester mit vielleicht Teampartnern verbracht habe und dann direkt am Anfang des Jahres Kick-Off-Events stattgefunden haben und so weiter. Ihr kennt es, ihr habt es vielleicht selbst gemacht, habt es vielleicht selbst beobachtet als Führungskraft, als vielleicht sogar Speaker auf einem solcher Events oder ihr habt es halt selbst gesehen als Zuschauer und wollt es in Zukunft selber haben. Ja, man muss sich einfach mit der richtigen Einstellung und mit der richtigen Erwartungshaltung beschäftigen und dann ist Erfolg auch in Aussicht. Ja, aber es ist halt ein Faktor, wo nicht einfach von jetzt auf gleich geschieht und ein Dreijahresplan viel realistischer ist als ein Drei-Monats-Plan. Ich meine, wer geht in ein Business rein und macht einen Drei-Monats-Plan und schaut mal. Ja, das machen die Leute bei der Lotterie. Aber selbst bei der Lotterie bleiben die Leute teilweise 30 Jahre loyal oder länger. Ich glaube, jeder von uns hat in der Familie irgendwo jemanden, wo seit Minimum 30 Jahren Lotterie spielt und regelmäßig, die zahlen ihre Autoship. Es ist bloß wichtig, dass die Menschen verstehen, warum sie es tun und was der Benefit für sie ist. Und selbst wenn es bloß ein Gamble ist und sie hoffen, weil meistens wissen die, dass sie nicht groß gewinnen werden, einfach hoffen. Einfach die Hoffnung. Einfach Hoffnung. Menschen bezahlen selbst für Hoffnung bei der Lotterie. Ich glaube, jeder von euch kann sehr vielen Menschen deutlich mehr geben mit dem, was wir in der Hand haben und mit der Plattform als nur Hoffnung, sondern echten Mehrwert. Genau, das heißt, diese persönliche Verantwortung und nicht zu erwarten, dass Chris oder Daniel oder Simon oder sonst irgendjemand für euren Erfolg verantwortlich ist oder das verursacht. Niemand kann mir meinen Erfolg geben, niemand kann mir meinen Erfolg nehmen. Das ist meine persönliche Entscheidung. Das ist meine Verantwortung. So habe ich von Tag 1 gedacht und von Tag 1 gehandelt. Und ich kann dir nur empfehlen und es ans Herzen legen, genauso zu tun. weil es wird auf den Höhepunkten wirst du vielleicht dadurch deutlich happier sein. Wenn es dann mal nicht so gut läuft, dann zieht es sich auch mehr runter. Aber du hast wenigstens die Kontrolle und das Gefühl, dass du die Kontrolle darüber behältst. Das heißt, jeden Tag einfach ein Stück besser zu werden und die Erwartungshaltung gering zu behalten, das ist Bodenständigkeit. Das ist, wie soll ich sagen, so einfach auch fast eine Form von Eleganz. Ja, dass du dir nicht riesige Ziele setzt, um vor anderen Menschen irgendwie besonders, besonders erfolgreich zu wirken oder keine Ahnung. So manchmal haben wir das ja gerade im Gruppengefüge. So ich habe es auch öfters gesehen, so wenn auf Events gesagt wurde, so zu den P5s, ja okay, wann machst du Chairman und dann ist das Mikrofon da und zittern und dann so, ja morgen, nächste Woche, nächsten Monat und am Ende so sind teilweise in zwei Monaten nicht mehr da, so im übertriebenen Sinne. Ja, da bin ich doch lieber ehrlich, lieber setze ich mir eine Deadline, wo auch ich zu 100% denke, dass ich sie erreichen kann. Ich muss nicht gut vor anderen Menschen aussehen. Ich möchte gut, wenn ich mich selbst anschaue und mich selbst, sagen wir mal, reflektiere, dann möchte ich mit mir zufrieden sein und dann möchte ich mit mir happy sein. Ja und ich denke, wird bei dir sehr, sehr, sehr ähnlich sein, weil die Anerkennung von anderen Menschen am Ende bringt uns gar nichts. Wir brauchen keine Aufmerksamkeit, wir brauchen Respekt, Respekt von anderen Menschen und Respekt von uns selbst. Das heißt, deine persönlichen, wie soll ich sagen, Fehler oder deine negativen Eigenschaften oder Gewohnheiten, wo man hat, zu verstehen und daran zu arbeiten und da Stück für Stück auch besser zu werden. Das ist das Einzige, wofür wir da sind. Ich glaube, das ist auch unsere persönliche Verantwortung, unseren Freunden, Geschäftspartnern, unserer Familie oder auch dem Rest der Gesellschaft, was wir mehr oder weniger dort an Verantwortung tragen, weil ansonsten leben wir in einer Gesellschaft, wo halt Moral und Ethik nicht mehr wirklich existiert. Ja und wenn ich mich um mich selbst kümmere und schaue, dass ich niemand anders schade und so viel Gutes wie möglich tue und ein Plus in der Gesellschaft bin, dann habe ich meinen Teil schon mal getan. Ja, wenn ich dann noch anderen Menschen helfe, auch sich zu verbessern und noch spende und bestimmte Dinge tun kann, um anderen Menschen zu helfen, die sich selbst nicht helfen können, dann ist es ein riesiges Plus und da erstmal hinzukommen und wenn nur 10% der Weltbevölkerung an so einen Punkt kommt, dann würde die Welt, glaube ich, auch nochmal ganz anders aussehen und sehr positiv sehen und ich glaube, das ist im Endeffekt das Endziel, oder? Genau, wie gesagt, einfach die Messlatte für morgen gering genug setzen, dass du wirklich auch glaubst, dass du es erreichen kannst und dann daran arbeiten. Ja, das heißt, wir haben nicht wirklich Angst vor dem, dass wir irgendwo scheitern oder etwas nicht erreichen, sondern wir haben teilweise Angst, wenn wir uns vorstellen, wow, in drei bis fünf Jahren kann ich wirklich was auf die Beine stellen, kann ich mich massiv verändern und kann vielleicht die Zukunft meiner gesamten Familie und meiner zukünftigen Familie verändern. das ist auch beängstigend. Also bei mir war es persönlich so und ich habe es auch von anderen Menschen gehört und es ist bei dir vielleicht auch der Fall und einer der Punkte, warum du noch nicht so durchgebrochen bist, wie du könntest, ist es, weil du Angst hast davor, das zu erreichen. Nicht, dass du Angst hast, zu scheitern, sondern dass du Angst hast, wirklich dieses Licht zu zeigen, was du hast und was du zeigen kannst. Ja, und alles, was du im Endeffekt hier auch tust, wird dir dabei helfen, anderen Menschen ein indirektes Vorbild teilweise zu sein, einfach auch eine Inspiration. Das ist nochmal ein zusätzlicher Punkt, wo man gar nicht in den Faktor mit einberechnen kann, weil du kannst direkten Impact auf dich, deine Familie, deine Teampartner und dein direktes Umfeld, aber eine Person, wo dich vielleicht von Weitem beobachtet und dir nie schreibt oder nie etwas Glückwünsche schickt oder sonst irgendwas oder sagt, hey, du hast mich super inspiriert, aber die Leute, die gibt es. Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen mich von Weitem beobachten und sich davon vielleicht auch hoffentlich in irgendeiner Weise positiv haben beeinflussen lassen oder inspirieren haben lassen, ohne dass ich es jemals herausfinden werde. Ja, und bedenke auch diesen X-Faktor, um selbst eine visionäre Person zu werden und nicht bloß für dich eine Vision zu kreieren. Eine Vision ist zum Beispiel das, was wir am Anfang gemacht haben, ja, diesen perfekten Tag zu beschreiben und in diesen Moment reinzugehen. Versuch dort auch deine Sinne zu benutzen, die du sonst eher selten benutzt. Ja, denke auch drüber nach, weil zum Beispiel sehen tun wir sehr viel, hören tun wir sehr viel, schmecken grundsätzlich auch, riechen schon eher seltener und das mit Einbinden, zum Beispiel bei mir war von Tag 1, als ich diese Manifestation 2015 gestartet habe, habe ich mir vorgestellt, wie ich so mehr Luft rieche. Ich kann jetzt nicht direkt auf so Fingerschnipsen, mehr Luft riechen, aber einfach dich damit auseinanderzusetzen und allgemein deinen Geruchssinn dadurch anzuregen. Ich habe jetzt über einen Freund von einem Monat, glaube ich, oder so, waren wir zusammen unterwegs und der meinte, er hat ein Buch gelesen, wo ein Wissenschaftler genau sowas beschrieben hat, dass deine Sinne, die du weniger benutzt, dann einzusetzen, aktiviert nochmal eine größere Chance, dass du es auch real manifestierst, weil du den Moment einfach realer machst dadurch. Cooler Side-Fact, fand ich persönlich auch ganz nice. Wie gesagt, so kreierst du eine Vision und das ist ein Six-Figure-Skill, wenn du eine Vision kreieren kannst und es erreichst, normalerweise kommst du dann finanziell auf jeden Fall auf ein sehr solides Level. Um aber auf das nächste Level zu gehen, musst du halt auch in der Lage sein, anderen Menschen dabei zu helfen, ihre Vision zu erkennen, ihre Vision zu finden und auch sie auszuführen. Das ist im Endeffekt, was ich jetzt auch gerade mit euch mache. Es ist ein extrem wichtiges Skillset, weil wenn du für dich eine Veränderung herbeiführst, ist das super. Wenn du dabei hilfst, dass drei Leute eine Veränderung herbeiführen, ist das dreimal so gut an sich. Wenn wir jetzt den Erfolg gleich hoch einschätzen. Und ja, ich habe einfach sehr früh angefangen, mir immer wieder solche coolen Vergleiche zu suchen, wo mich einfach extra motiviert haben, ohne dass ich von externen Menschen diese Motivation gebraucht habe. Und um eine visionäre Person zu werden, ist es doch sehr, sehr wichtig, andere Menschen zu studieren, die dich inspirieren. Müssen nicht Leute in dieser Industrie sein. Bei mir waren es früher auch viel Musiker, Entertainer, Basketballer, Menschen, wo auch teilweise sehr, 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 einen sehr harten und langen Weg hatten, erfolgreich zu werden. Aber das ist gut. Das hält dieses Level von deinen Erwartungen und auch deinem Ego einigermaßen in check. Wenn du acht Monate brauchst, wie ich, um deinen ersten 20 Dollar passiv zu verdienen, dann bist du halt für alles, was danach kommt, sehr dankbar. Aber du bist auch besser darauf vorbereitet, dann auf ein massives Wachstum. Und ich sehe es persönlich auch. Ich habe es dadurch auch vielleicht länger gehalten, als die meisten anderen Menschen, die in diesem Business schnell großartigen Erfolg erreicht haben, aber dann auch sehr schnell sich wieder verabschieden, weil sie einfach das Fundament nicht richtig gelegt haben. Wenn du ein Hochhaus baust, dann baust du auch erst ein solides Fundament. Der Baum schlägt auch erst solide Wurzeln. Fang bitte auch erst mal an, bei dir ein solides Fundament aufzubauen, weil Unternehmer zu sein, mit anderen Menschen zu arbeiten und einen positiven Mehrwert in deren Leben zu bringen, ist nicht einfach. Das ist manchmal das Schwierigste, was du tun kannst, weil manchmal ist das, was die Menschen hören müssen, nicht das, was sie hören wollen. Und es kann auch die Beziehung nicht unbedingt besser machen. Aber ich habe mir damals auch geschworen, jeder von euch ist im Endeffekt zu mir über Umwege irgendwie gekommen, um persönlich zu wachsen, mehr Geld zu verdienen, Trading zu lernen oder sonst irgendwas in dem Bereich. Das heißt, das sollte auch zu 100% immer der Fokus sein und meine Intention sein. Ich bin nicht in diesem Business gestartet, um Freunde zu machen. Ich bin für jede Freundschaft dankbar und ich bin sehr, sehr dankbar für so viele Menschen, wo ich kennenlernen durfte, positiv impacten konnte und die Freundschaften, die ich auch weltweit machen konnte, auch außerhalb von meinem Team. Aber ich bin nun mal in dem Business nicht gestartet, um Freunde zu machen. Jeden Freund nehme ich gerne auf und empfange ich mit offenen Armen. Aber versuch dich auch darauf zu fokussieren, warum du einfach hier gestartet bist. Und sei dann auch die Führungskraft und nicht unbedingt der Freund, der das sagt, was andere Leute hören wollen. Weil davon gibt es genug. Davon gibt es genug Networker, die dir das einfach muss sagen, was du hören willst, um dich immer weiter auf demselben Level zu halten. Ja, lieber, und das ist manchmal auch hart, zeigst du jemandem, hey, da stehst du gerade, das kannst du verbessern. Nimm es oder nimm es nicht, die Information, ich sage es dir, um dir zu helfen und nicht, weil ich dich abfacken möchte oder sonst irgendwas oder deine Energie runterziehen möchte. Aber wir haben manchmal das Potenzial, auch von außen Dinge zu sehen, wo man selbst beim eigenen Reflektieren vielleicht übersieht. Ja, das heißt, eine Vision kreieren, Ziele setzen, das auch aufzuschreiben. Ja, ich habe damals, das ist mir im Nachhinein manchmal gar nicht mehr so bewusst gewesen, aber ich war damals auch 2016, bevor Alex bei I am gestartet ist, auf einem Event von ihm. Und er hat so coole, kleine Kärtchen von Bob Proctor, so I am happy and grateful that und dann habe ich irgendeine, ich weiß gar nicht mehr, was auf der Karte steht, aber auf jeden Fall das Ziel, was da drauf stand, habe ich erreicht. Ja, es war irgendein Rang oder irgendein Einkommen bis zu einem bestimmten Datum. Ob ich es bis zu dem Datum erreicht habe, keine Ahnung und es ist im Endeffekt auch egal, weil niemand fragt am Ende des Tages, wenn du an dem Punkt stehst, wo du dann stehen möchtest, ja, beispielsweise an dem Punkt stehst, wo ich jetzt stehe oder 20 Jahre von jetzt oder wenn ich sterbe und keine Ahnung, was danach passiert, aber da wird niemand fragen, okay, hast du das Ziel da auf deiner Goal-Karte erreicht? Nein, keine Ahnung, aber ich habe es geschrieben und es hat sich realisiert, egal wann, Zeit ist relativ. Und ja, wenn du dieses Ziel setzt, schau darauf, dass du es finishst. Ja, ich persönlich bin nicht der Typ, wo gern Dinge anfängt und dann nicht zu Ende führt. Ja, und das ist eine sehr, sehr oft, eine Eigenschaft, wo ich oft gesehen habe, einfach bei erfolgreichen Führungskräften. Ja, die ziehen das Ding durch, so die lassen sich nicht von ihrem Weg abbringen und die sehen auch gar nicht, du siehst nicht, was die nächsten zwölf Monate geschieht, du weißt, was die nächsten ein, zwei Wochen passiert und das reicht aus, um dich auf den Weg zu bringen, um die nächsten Ziele und Meilensteine zu erreichen. Aber ja, ich habe oft auch gesehen, so wo Leute in dieses Business kommen und die setzen sich auch Ziele, Chairman 50 oder 100 oder sogar 500, machen den Chairman 10, denken sie sind's und hören dann auf oder teilweise P5 kommt schon dieses Ego oder P2000. Ja, das heißt, wenn du dir ein Ziel setzt, geh es all the way, ja, geh es bis zum Schluss und versuch dann auf dem Weg nach oben, wo du auch das Gefühl hast, dass du dich nach oben bewegst, auch einkommstechnisch dann, zu schauen, dass du dich und dein Ego immer in Check hältst. Das bedeutet nicht, kein Ego zu haben. Jeder, wo sagt, er hat kein Ego, hat für mich das größte Ego überhaupt, weil du anfängst, jetzt dein Ego jetzt spirituell oder sonst irgendwas auszuleben, indem du sagst, du hast kein Ego und dich dadurch wieder besser fühlst als andere Menschen. Wir alle haben Ego. Ja, diese bestimmten Eigenschaften, die sind nun mal in uns. Sich damit zu beschäftigen, ist besser, als es zu verdrängen, weil umso mehr du etwas verdrängst, umso größer wird es auch dein Schatten. Und ja, dann irgendwie anfangen so, dann sind sie P5000 und wollen dann irgendwie ihr eigenes Business aufbauen und finde ich auch super, toll. Aber ich bin 100% der Meinung, ja, mach einen stabilen Chairman 25 oder 50, bau dir auch wirklich ein Einkommen auf, was langfristig da ist und auch groß ist, leg dir etwas zur Seite, bau sechsstellige Rücklagen auf, hab gute Investments und dann fang an, noch zusätzlich etwas zu machen. Ja, ansonsten wird es sehr schwierig, gerade auch, wenn du etwas Neues startest. Ich habe selbst persönlich erlebt, wie schwer es ist, ein Business von Grund auf aufzubauen und nicht bloß wie wir hier ein fertiges Business zu vermarkten und da Teams aufzubauen. Ja, es sind zwei, nicht nur verschiedene Welten, es sind andere Dimensionen, ja. Genau, es ist einfach schwierig dann auch, wenn du, weil wenn du P2000 oder 5000 bist, dein Team ist irgendwo, man hat nicht mal diesen ersten Meilenstein, wo sich die meisten setzen, wo auch dann krass gefeiert wird, der reicht, ist vielleicht auch nicht so stabil, dann nimmst du die Energie raus, was erwartest du dann? Die Menschen werden oftmals auch, gerade am Anfang, wenn deren Mindset und deren einfach Long-Term-Mindset noch nicht genügend etabliert ist, werden sie einfach denken, okay, soll ich jetzt für diese Person aufbauen? Nein, machen sie nicht. Und es ist fehlerhaftes Denken auch von denen, die dann aufhören oder weniger machen, weil ich baue mein Business für mich auf, du baust dein Business für dich auf. Mir ist egal, wer an mir oder meinem Volumen profitiert, ja, ich gönne es jedem zu 100%. Ich fokussiere mich auf mich, ich fokussiere mich auf mein Team, ich fokussiere mich auf das, was ich auch beeinflussen kann. Genau, aber alles, was du da machen kannst, ist wichtig, weil es wird sich in deinem Team duplizieren. Und ich bin der Meinung, wenn auch nur ein Teil meiner Organisation das dupliziert von Werten, von Engagement, von Herz, von auch am Ende Resultaten, was ich reingesteckt habe, was teilweise auch schon passiert ist, dann ist das ein Achievement, wo man dann 10, 20 Jahre später zurückschauen kann und sagen kann, okay, da haben wir wirklich was erreicht, wo man auch wirklich stolz drauf sein kann. Das ist nicht von heute auf morgen geschehen. Ja, meine Rangsprünge bei AM waren relativ schnell, aber der Rattenschwanz, was da dahinter dran hing und die Entwicklung von mir und auch einzelnen Führungskräften hat halt einfach schon Jahre davor angefangen und es ist auch essentiell gewesen. du kannst nicht reinkommen und solche Resultate einfach duplizieren. Genau, Simon, du hast noch geschrieben, meine größten persönlichen Learnings, also die waren teilweise jetzt schon auch, glaube ich, indirekt mehr oder weniger mit dabei. Ich habe noch irgendwo etwas anderes gehabt. Ah ja, genau, ich habe ein paar Notizen gefunden von einem Buch von Robert Green. Kennt ihr vielleicht. Auf Englisch heißt das Buch Mastery. Ich weiß gar nicht, ob das auf Deutsch genauso heißt oder ob der das geändert hat. Auf jeden Fall meint er, seine 10, seine 10, Lehren sozusagen, seine 10 Lessons aus dem Buch sind Punkt Nummer 1. Verstehe, wer du wirklich bist, was für eine Karriere du wirklich ausüben möchtest und wonach du dich wirklich, wo du dieses Calling spürst, wo du das Gefühl hast, okay, das ist etwas für mich. Ja, weil alles, was du tust, was du wirklich liebst zu tun, ist auch etwas, wo du extrem erfolgreich dann werden kannst. Wenn du dich die ganze Zeit stressen musst und zu sehr pushen musst und die ganze Zeit eher Ausreden suchst und es zu schwer ist, dann such dir vielleicht einen anderen Bereich, ganz ehrlich. Also es ist dann auch schwierig. Du brauchst dich selbst nicht quälen. Zweiter Punkt ist, dass du dich dazu verpflichtest, ein Commitment machst, in so eine Rolle des Mentees reinzugehen. Mentor und Mentee, das heißt wirklich bereit zu sein, von Menschen zu lernen. Im besten Falle, in dem Buch beschreibt er das sogar und nutzt da Beispiele wie Leonardo da Vinci, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe das Buch vor zwei, drei Jahren mittlerweile gelesen und die Notes jetzt gerade wiedergefunden. Dass da Vinci in verschiedensten Bereichen von verschiedenen Top-Top-Lehrern einfach gelernt hat und er hat einfach wie ein Praktikant für die gearbeitet, gelernt, diese Influences, diese Einflüsse genutzt und das in seine Arbeit integriert und deswegen auch von Kunst über Wissenschaft in verschiedensten Bereichen wirklich maximale Resultate rausgeholt, weil er einfach maximal interessiert ist und maximal in diese Mentee-Rolle reingeflutscht ist und er einfach bereit war zu lernen und zu geben und zu dienen, weil nur wenn du bereit bist zu dienen und zu lernen, bist du bereit irgendwann mal zu führen, wirklich zu führen und überhaupt in eine Position zu kommen, wo Menschen auf dich hören, weil ich habe damals auch schon, bin ich ganz ehrlich mit euch, ich habe es nie wirklich verstanden, aber wahrscheinlich genau wegen diesen Punkten und Mindset, weil es war vielleicht nicht in demselben Ausmaß und vor allem natürlich deutlich weniger Resultate, aber auch 2016 haben die Leute, bevor ich bei IAM war, wo ich zu dem Zeitpunkt vielleicht 5000 Dollar im Monat verdient habe im Network, haben die Leute genauso einfach auf mich gehört, weil die Ausstrahlungskraft dieselbe gewesen ist, weil ich immer ein sehr, sehr guter Schüler von erfolgreichen Leuten gewesen bin und immer bereit war zu lernen und zu dienen und so viel wie möglich zu lernen, um es selber zu geben und zu teilen mit anderen Menschen und alles, was du dann halt mit anderen Menschen teilst, dupliziert und multipliziert sich ins Unendliche, teilst du viel Liebe, kreierst du viel Liebe, teilst du viel Hass und diese ganzen Schattenseiten und mit anderen Leuten vergleichen und andere schlechtreden, andere Firmen oder diese ganzen Sachen, dann duplizierst du das auch und irgendwann wird sich es intern duplizieren, weil das, was du sprichst, wird deine Realität und unser Kopf kann manchmal einfach nicht unterscheiden, so, okay, stelle ich mir gerade irgendetwas vor oder ist das wirklich geschehen? So ist das gerade eine Zukunftsprojektion oder ist das irgendwas, was in der Vergangenheit wirklich geschehen ist? Es gibt verschiedene Studien dazu, dass unser Kopf das teilweise nicht unterscheiden kann, weil der Ablauf im Kopf sehr, sehr, sehr ähnlich ist von dem, wie es sich auf unsere anderen Sinne mehr oder weniger und Nerven ausführt. Ja, im dritten Punkt sagt er, die Qualitäten oder die Eigenschaften, die dich dabei hindern, erfolgreich zu werden, sind, wenn du zu konservativ bist, zu sehr abhängig bist, ungeduldig bist, zu sehr grandios, alles perfekt, perfektionistisch haben möchtest, nicht flexibel bist, leicht ablenkbar bist oder schnell zu sehr egoistisch oder closed-minded bist und Complacency, ist glaube ich so, wenn du halt sehr schnell so träge wirst und sehr schnell einfach in eine Komfortzone hereingerätst. Ja, weil unser, wenn unser Kopf wächst und unser Mind flexibel sich immer weiter ausdehnt, umso mehr kannst du dir vorstellen und umso mehr kannst du manifestieren. Ja, wenn du closed-minded bist, dann begrenzt und beschränkst du dich selbst schon automatisch. Andernfalls Qualitäten, wo dir helfen werden, erfolgreich zu werden, sind Selbstdisziplin, Desire, also das Verlangen nach etwas, Persistence, dass du dran bleibst, am Ball bleiben, Fokus, Einsatz, Geduld, Energie, auch eine gewisse Form von, sagen wir mal, Besessenheit. Ja, ich habe vor drei, vier Tagen erst wieder einen Podcast gesehen, wo er auch meinte, dass die besten CEOs, wenn du alle Top-CEOs interviewst und deren Karriere anschaust und Persönlichkeitstypen und so weiter, das sind alles extrem egoistische Menschen, wo ein extrem schwaches internes Selbstbewusstsein haben und deswegen das halt mehr oder weniger kompensieren und deswegen in irgendwelchen großen Firmen riesige Positionen erreichen, nur um ein kleines bisschen Wertschätzung für sich selbst auch zu spüren und Selbstliebe. Ja, aber es gehört nur mal dazu, wie gesagt, du zahlst am Ende des Tages den Preis für Erfolg oder für Misserfolg, aber wenn du eh schon, die meisten Menschen haben Probleme mit ihrem Selbstbewusstsein, wenn du das hast, nutze es einfach, dadurch ein bisschen mehr auch reinzuhasseln und einfach dir selbst was zu beweisen. Ja, dass du aber auch in der Lage bist, Dinge zu beobachten, sehr, sehr wichtige Fähigkeit, ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein enorm wichtig, weil wenn eine Person IAM beispielsweise oder Trading von zwei Personen präsentiert bekommt und eine Person ist super überzeugt davon, hat vielleicht keine Resultate, aber hat ein stabiles Mindset und Selbstbewusstsein, eine andere Person hat vielleicht geile Resultate, aber bringt es gar nicht rüber, auch unglaubwürdig vielleicht teilweise sogar dadurch, weil nervös, dann wird die Person eher mit der selbstbewussten Person starten, und im Endeffekt kommt es auf Resultate an, sind wir ganz ehrlich. Ja, einfach allgemein auch ein bestimmtes emotionales Commitment zu haben und am Ball zu bleiben. Ansonsten, der fünfte Punkt ist es, dass du ein gewisses Maß, ein gewisses Gefühl von Schicksal und Purpose hast, ja, was dir dabei hilft, das, was du tust, damit zu verbinden, was du glaubst, was für dich bestimmt ist. Okay? Von Mastery, Robert Green, sehr, sehr geiles Buch, checkt es auf jeden Fall aus. Ja, sechster Punkt ist, dass sie lieben zu lernen, um einfach Dinge zu lernen und eine verschiedenen Maße, mehr oder weniger an Informationen miteinander zu verknüpfen, Ideen miteinander zu verknüpfen, auch aus verschiedenen Bereichen, so wie ich das auch bei DaVinci beschrieben habe. Ich persönlich selber, ich weiß noch, 2015, 2016, ich habe es auch gesagt, ich will so viel lernen wie möglich, um diese ganzen Puzzleteile irgendwann mal zusammenzuführen, ja. Also diese Eigenschaften bei erfolgreichen Menschen sind immer wieder zu sehen. Siebter Punkt ist, sei immer offen und nimm neue Ideen an, sei aber auch in der Lage, diese neuen Ideen zu challengen und nimm nicht einfach alles blind an, aber versuch immer wieder, das, was der Status quo ist, zu challengen, ja. Wenn die Leute so rekrutiert haben, mach es anders und versuch es. Ja, du kannst bloß ein Resultat kennen, wenn du es selber in der Fallstudie geprüft hast und hab keine Angst, anders zu denken oder hab keine Angst, etwas zu tun, was bisher noch nicht so beliebt ist. Ja, weil ich hab angefangen, über Social Media zu rekrutieren, wo es niemand groß gemacht hat. Jetzt ist es beliebt. Wenn ich jetzt mir Gedanken mache, wie man das revolutionieren könnte oder was anderes macht, wär es wahrscheinlich ganz bestimmt nicht die Art und Weise, wie ich damals online rekrutiert habe, ja. Das heißt, mach dir da auch persönlich Gedanken. Achter Punkt ist, dass du in den Zustand wieder wie als Kind zurückkommst, wo du einfach automatisch mehr von Dingen begeistert bist und auch ein größeres Maß an Neugierde bekommst, über alle Dinge, die dir einfach dabei helfen, deine kreative Energie zu stimulieren und dich dadurch in dieses innere Kind, in diesen Vibe wieder reinzubringen. Weil als Kind, es war einfach, die Dinge zu tun, die du liebst. Heutzutage, wir wissen teilweise gar nicht mehr, was wir machen sollen mit unserer Zeit oder was wirklich die Dinge sind, wo wir für brennen und was wir gerne tun. Als Kind, du warst auf natürliche Art und Weise zu deinen Vorlieben gezogen. Versuch wieder in diesen Zustand zurückzukommen. Der neunte Punkt ist, versuch Kritik nicht ernst zu nehmen. Natürlich mach dir Gedanken darüber und reflektiere und nimm Kritik an, aber nimm es nicht zu persönlich besonders von Leuten, wo am Ende des Tages dir einfach bloß helfen wollen und vor allem auch nicht von Leuten, wo gar nicht wissen, wovon sie reden. Okay? Nimm es nicht persönlich, lass es gar nicht zu sehr an dich rankommen und im zehnten Punkt versuch sogar Kritik und Niederlagen freudig anzunehmen, schon darauf zu warten, um dich zu verbessern und dich in einen bedauernden Zustand eigentlich von Dankbarkeit zu bringen. Danke dafür, dass ich Positives und auch negatives Feedback bekomme und ich die Möglichkeit habe, morgen besser zu werden. Ja? Weil das ist das Einzige, was du tun kannst, wenn dir jemand etwas sagt, du machst etwas falsch oder du kannst etwas verbessern. Es gibt dir die Möglichkeit, das morgen besser zu tun. Hiermit verabschiede ich mich, Leute. Danke für eure Aufmerksamkeit, weil, glaube ich, lange kreue ich, ich merke, mein Hals ist schon brutal am Kratzen. Ich muss gleich mal wieder ein paar Hustenbonbons nehmen. Aber freue mich auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr konntet alle ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, Türkei auf jeden Fall immer noch Bomben, nein, hoffentlich keine Bombenstimmung, gute Stimmung. Und ansonsten, euch anderen auch noch, wo nicht in der Türkei sind, coole Zeit in Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg oder wo auch immer ihr aktuell seid. Schönen Sonntag noch. Ich weiß gar nicht, also hier in Montenegro ist auf jeden Fall Ostersonntag. Ich glaube aber in Deutschland nicht oder keine Ahnung. Hier ist orthodoxer Feiertag, da sind irgendwie andere Daten. Keine Ahnung, wie das geht, aber auf jeden Fall wünsche ich euch auch noch schönen weiteren Restsonntag. Ganz, ganz liebe Grüße gehen raus hier aus Tiwad und passt auf euch auf. Ciao. Also sehr, sehr, sehr geil. Vielen lieben Dank. Auf jeden Fall liebe Grüße zurück in die Türkei, aus der Türkei. Ja, es war wieder ein Riesenvideo. Ich hoffe, wir haben wirklich alle euch extrem viel mitnehmen können. Ja, wirklich genießt diesen Sonntag. Heute um 20 Uhr haben wir noch unseren Opportunity Call. Nutze es wirklich aus. Vielen, 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 vielen Dank, Bro, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und damit würde ich sagen, wir sehen uns, wir hören uns und ciao, ciao.